Megan Scheidegger, 8-0 gegen Deutschland. Sind Sie zufrieden mit dem Spiel und dem Resultat? Ja, ich glaube wir können schon zufrieden sein. Wie gesagt, es ist nicht ein einfaches Spiel, wenn es eine defensiven Mannschaft ist, die einfach hineinsteht. Man muss das Spiel eigentlich machen. Und das hat man vielleicht auch gemacht und gesehen, dass es nicht ganz einfach war. Wir haben es immer überrascht. Am Schluss kam die Welle aber gut an und es hat dann funktioniert. Wir haben noch ein bisschen gespielt. Haben Sie euch vor dem Spiel ein Resultat vorgenommen? Hättet ihr gedacht, zweistellig müsste es eigentlich schon werden gegen Deutschland? Nein, wir haben nicht. Das ist überhaupt nicht im Vordergrund gestanden. Es ist letztendlich passiert, dass wir möglichst höchst in so einer ... Wie war es in dieser riesigen Halle, mit relativ wenig Zuschauern zu spielen? Vielleicht noch so im Vergleich zu Brünn vorher, wo alles noch etwas kleiner war? Genau. Viel anders war es bei mir nicht. Ich meine, immer im Tschechenspiel, das war eigentlich der grosse Unterschied. Dort hatten wir viele Zuschauern, aber sonst ist es eigentlich ähnlich zu sein, in anderen Spielen. Es hat nicht so viel Zuschauern, aber natürlich ist es toll, wenn man nachher wiederholen kann, oben nochmal schauen. Es ist einfach grösser. Ja, es ist schliesslich. Also da schaut man schnell auf den grossen Bildschirmuern und denkt, so bei den drei Sists, die du gegeben hast zum Beispiel. Moll, das war ein cooler Pass, den ich gespielt habe. Ja, logisch schaut man rasch auf, oder man hat etwas verpasst und kann das noch rasch darüber nachschauen. Das ist schon etwas anderes. Ja. Gut. Das heute war das Wettkampfmässiges Training auf dem Samstag, ein grosses Halbfinale gegen Finnland. Ja, das Training kann man glaube nicht sagen. Ich meine, schlussendlich ist es auch ein Spiel, das man gewinnen muss. Und als Training würde ich das sicher nicht bezeichnen. Ich meine, es ist gerade so schwierig, gegen so einen Gegner seine Leistung anzurufen und das muss man schlussendlich machen, sonst kommt man nicht heute.